Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 38, 30 und heute, das weiß ich zufällig schon, wird das definitiv eine Late-Night-Episode, aber ich bemühe mich natürlich sie trotzdem noch am Sonntag rauszubringen, denn Verspätungen, das mag ich ehrlicherweise gar nicht, aber es ist mir in letzter Zeit nicht so gut gelungen, immer eine Verspätung auch zu verhindern. Es ist gerade etwas stressig, es war in den letzten zwei Wochen absolute Ausnahmesituation hier bei mir, vor allen Dingen privat, deshalb war das für mich alles nicht so einfach zu koordinieren und wenn zu einer klassischen 60-Stunden-Woche dann nochmal 40 Stunden privater Stress dazukommen, dann ist das etwas, was sich nur sehr, sehr schlecht so koordinieren lässt, dass einfach nichts irgendwo sich hinten anstellen muss und naja, die Konsequenz war am Ende des Tages wohl, dass viele Dinge vielleicht nicht genauso pünktlich gekommen sind, wie sie kommen müssten und sollten und das ist auch eigentlich mein Anspruch an mich selbst, diese Dinge dann wirklich so zur Verfügung zu stellen, dass sie rechtzeitig da sind, aber naja, leider ist es mir nicht gelungen, es war sehr schade, ich habe mich sehr bemüht, aber oftmals gelingt es dann doch nur mal einen Tag danach oder naja, hin und wieder fällt dann vielleicht sogar mal ein Video aus, was mir persönlich dann unangenehm ist, einfach auch im Sinne dessen, dass ich eigentlich ja wirklich zuverlässig sein möchte und euch den Content in der gewohnten Qualität, mit dem gewohnten Informationsgehalt und vielleicht auch mit der gewohnten Unterhaltung zu bringen, die es einfach so immer schon gab in den letzten Monaten, obwohl ich natürlich auch sagen muss, dass ehrlicherweise die ein oder andere Episode des Alpcasts vielleicht nicht genauso unterhaltsam und informativ war, wie so andere, aber das möchte ich natürlich heute wieder etablieren. Deshalb hoffentlich pünktlich am Sonntag, die nächsten 30 Minuten werden es wohl entscheiden und der Schnitt danach und dann hoffentlich geht das Ganze noch am Sonntag online. Wie ihr vielleicht gerade merkt, ich bin etwas ruhiger und etwas zurückhaltender und auch das heutige Thema in der Episode Nummer 38 kann ich noch nicht nennen, denn ich dachte mir, heute wagen wir mal ein kleines Experiment oder ich wage ein Experiment und ich schaue mal, wie das bei euch ganz grundsätzlich so ankommt. Ich habe in den letzten Tagen überlegt, worüber könnte ich denn im Podcast sprechen und hier auch nochmal der Aufruf, wer ein Thema hat, dem ich mich vielleicht mal annehmen sollte, der kann das natürlich gerne in die Kommentare oder mir auch an kontakt.alpenacademy.at schreiben und dann werde ich mich dem Thema natürlich auch gerne mal annehmen. Grundsätzlich möchte ich heute aber mal versuchen, kein Thema mir vorher schon vorzunehmen, denn in den letzten Tagen, nicht, dass ich keine Ideen gehabt hätte, aber in den letzten Tagen, da war mein Kopf so voll mit anderen Dingen, dass ich immer wieder dachte, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dann bin ich unkonzentriert, dann schweife ich ab und das alles führt dann letztlich zu einem Podcast, den sich vielleicht nach 20 oder 15 Minuten schon keiner mehr anhören will. Deshalb dachte ich mir, heute lasse ich den Podcast einfach mal so auf mich zukommen und das ist ein gewagtes Experiment. Es könnte sein, dass ich in den nächsten 30 Minuten über mein Frühstück rede, aber ich glaube es fast nicht, denn normalerweise fällt mir immer irgendwas ein, worüber ich reden kann. Deshalb dachte ich mir, heute, naja, könnte ich vielleicht auch mal so etwas über die letzten Tage erzählen, nicht über das, was passiert ist, aber vor allen Dingen über etwas, über einen Fixpunkt, über eine Art Fixstern, den ich in den letzten Tagen immer wieder hatte, an den ich mich erinnern konnte, als ich in Momenten vielleicht nicht ganz so fröhlich war, als ich in Momenten vielleicht etwas gestresst war, etwas demotiviert war und sehr down war, sozusagen das Mini-Burnout. In diesen Tagen war ich hin und wieder dazu hingerissen, gar nichts zu tun, sondern vor allen Dingen an die Vergangenheit zu denken und darüber nachzudenken, was ich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten so Spannendes erlebt habe. Eine Bergtour, und das ist auch die letzte Bergtour, deshalb ist sie auch gedanklich noch so omnipräsent, das war eine Bergtour auf den Wilden Freigau und ich dachte mir, jetzt gerade fällt mir so spontan ein, wir könnten doch einfach mal einen Ausflug auf diese Bergtour machen und ich nehme euch gedanklich mit, das heißt ihr könnt euch jetzt einfach mal eine halbe Stunde zurücklehnen und wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam auf diese Bergtour nochmal und vielleicht bleibt der ein oder andere Gedanke hängen, aus dem man irgendwas Interessantes machen kann, der produktiv vielleicht nicht unbedingt ist, aber zumindest zum Nachdenken anregt oder vielleicht ist dann einfach auch nur die Bergtour als Ganzes eine Inspiration und eine Idee, was ihr nächstes Jahr vielleicht so machen könntet. Ich habe vor kurzem eine Bergtour unternommen mit meiner Partner zusammen auf den Wilden Freigau und zwar nicht über den normalen Weg oder über die italienische Seite, sondern über eine Route, die unfassbar selten begangen wird, nämlich so selten, dass wir tatsächlich auf der kompletten Route vollkommen allein waren, zumindest ab einem gewissen Punkt, als der Weg tatsächlich nur noch zum Wilden Freigau führen sollte. Der Wilde Freigau ist eigentlich kein unbeliebter Berg vom Becherhaus oder von der Müllerhütte, aber auch von der Sulzenerhütte, da gibt es viele Aufstiege, die sehr, sehr einfach sind. Hingegen gibt es aber einen Aufstieg, der deutlich anspruchsvoller ist und der führt von der Dresdnerhütte weg. Natürlich kann man auch nochmal von ganz unten weggehen, aber von der Dresdnerhütte, das war zumindest unser Weg, denn wir hatten am Tag zuvor schon was gemacht und wir waren schon relativ müde und vor allen Dingen war es eine sehr, sehr spontane Tour und als wir uns dazu entschieden haben, die Tour zu machen, da war es schon sehr, sehr spät in der Nacht und deshalb wussten wir, das ist jetzt keine gute Idee, wenn wir dann an so einem kurzen Tag, der vielleicht jetzt nicht die allerbesten Witterungsbedingungen mit sich bringt, dann auch noch sehr viel Zeit vertrödeln mit einem zusätzlichen, sehr weiten Zustieg. Gut, ganz so weit wäre es vielleicht nicht gewesen, aber man muss dazu sagen, wie gesagt, die Bequemlichkeit war es auch so ein bisschen, weil wir wussten, wir können vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde länger schlafen, wenn wir dann die Bahn nehmen. Wir sind also mit der Bahn bis zur Dresdnerhütte am Stubayer Gletscher gefahren. Grundsätzlich für alle, die das nicht kennen oder den wilden Freigern nicht kennen, das ist ein Berg in den Stubayer Alpen, der grundsätzlich als sehr spannend gilt. Er ist einer der wenigen Berge, die einen sehr einfachen, aber auch einen sehr anspruchsvollen Zustieg haben oder generell eine anspruchsvolle Seite haben und das ist für viele Berge in den Stubayer Alpen ungewöhnlich, da die meisten Zustiege entweder eben einfach sind und die komplexen Zustiege, zum Beispiel wir haben Zuckerhüttel, die Nordwand, eher etwas für den Winter ist. Das heißt, nicht gleichzeitig gehen im Sommer viele Berge über unterschiedliche Komplexitätsstufen nach oben. Der wilde Freigabe, der bietet das und das ist ganz angenehm und spannend. Deswegen haben wir uns überlegt, an einem relativ lauwarmen Sommerabend, Spätsommerabend, muss man sagen, vor kurzem dann tatsächlich auf den wilden Freigart zu gehen. Über die Theresnerhütte ist der Zustieg doch etwas abwechslungsreicher. Ich würde vielleicht sagen, natürlich ist er dann ab dem Gletscher, ab der ferner Stube dann auch nochmal ein ganzes Stück anspruchsvoller als die anderen Wege, also deutlich, deutlich anspruchsvoller, vor allen Dingen bei mäßiger Witterung. Aber ich würde sagen, dass vom Zustieg bis zum Gletscher zumindest auf jeden Fall er auch sehr viel abwechslungsreicher ist. Wenn man diese Bergtour geht, dann hat man im Prinzip alles dabei. Man ist auf dem Anfang natürlich irgendwo umringt von ganz, ganz vielen Touristen und man kriegt diesen Wusel auch irgendwo mit, der rund um die Dresdnerhütte passiert. Da ist ein Weitwanderweg, der zur Sulzenerhütte führt und da passiert einfach sehr, sehr viel. Und das ist alles ganz spannend, aber eigentlich für uns Bergsteiger, die ja dann doch irgendwo manchmal auch die Einsamkeit suchen, zumindest geht es mir definitiv so, ja, da ist das nicht immer das Ideale. Deshalb ist man relativ froh, wenn man am Beiljoch abzweigt, dann quasi wieder nach unten absteigt, dann kommt diese Abzweigung zum Stubeyer Höhenweg und da verlässt man dann sozusagen die Autobahn und kommt zum Sulzenaubach und zu diesem kleinen Gletschersee, wo der Sulzenauferner immer wieder abbricht und da liegen dann große Eismassen drin und das ist wirklich schön anzuschauen und ich finde es auch cool, dass der Weitwanderweg denn hier durchverläuft, denn dann sieht man auch als jemand, der vielleicht mit dem Gletscher noch gar keinen Kontakt hatte oder keinen Kontakt haben will, wie mächtig diese Gestalt eigentlich sein kann. Gerade der Sulzenauferner, der ja an dieser Stelle so dramatisch abbricht und wirklich sehr, sehr große und schroffes Gelände hinterlässt und sehr große Spaltenzonen inne hat, der sieht natürlich auch sehr imposant aus. Von einer Besteigung kann man selbstverständlich nicht denken, aber er sieht einfach cool aus. Wir steigen aber vom Beiljoch ab und verlassen eben diesen Stubeyer Höhenweg und gehen zu diesem See runter, in dem Wissen, dass wir eben nicht auf den Sulzenauferner wollen, da er von dieser Seite eben tatsächlich ein Selbstmordkommando wäre. Früher, da ging das noch. Zeiten, in denen es mehr Schnee gab, in denen es mehr Eis gab und der Fels noch nicht so blank war und vor allen Dingen die Spaltenzonen vielleicht auch noch etwas harmloser, da insgesamt einfach mehr Eismasse da war. Da ging das tatsächlich noch relativ gut, aber diese Zeiten, naja, sie sind eben vorbei. Doch wenn wir uns gerade halten und den Sulzenauferner rechts von uns, ja, ich sage jetzt mal, lassen, dann sehen wir auch schon die Fernerstube. Die Fernerstube ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Gletscher, die man auch tatsächlich begehen kann, denn er bietet die Möglichkeit, es etwas anspruchsvoller zu gestalten, indem man direkt am Anfang in die Fernerstube, also am Ausläufer einsteigt. Denn man muss hier doch einige sehr pikante Gletscherbereiche passieren, wo große Spaltenzonen mit sehr, sehr großen und gewaltigen Spalten auf einen warten, die, und das haben eben die Bedingungen zu dem gemacht, was es nun mal war, teilweise schon leicht bedeckt waren, aber mit sehr unsoliden Schneebrücken, die aber teilweise schon dick genug waren, aber eben durch den Neuschnee nicht solide genug, dass man nicht mehr erkennen konnte, wo eine Spalte ist und wo nicht. Wer im Frühjahr Bergsteigen geht, der wird das relativ gut erkennen können. Da hat man dann eben diese Schatten, die so ganz leicht andeuten, wo Spalten sein könnten und wo nicht. Natürlich kann man sich auch darauf nicht wirklich immer verlassen, aber es ist auf jeden Fall ein erster guter Anhaltspunkt für größere Spalten. Die Bedingungen waren aber tatsächlich eher gegen uns. Und über den Lübecker Weg, da sind wir dann auch irgendwann mal nach der ersten großen Spaltenzone auf den Gletscher eingestiegen. Und man muss sagen, gerade nach so viel Neuschnee, aber nicht genug Neuschnee, ist der Lübecker Weg tatsächlich ein eher nicht empfehlenswerter Aufstieg. Es gibt keine Linie, die da tatsächlich so richtig verläuft, sondern es gibt halt auf der einen oder anderen Karte eine Empfehlung, wie man sich bewegen sollte oder könnte. Aber dadurch, dass der Weg so extrem selten begangen wird, ist es auch irgendetwas, was man sich selbst zusammenreimen muss. Und das macht das Ganze natürlich auch zu einer sehr anspruchsvollen Herausforderung. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, und das ist auf Gletschern ganz oft so, aber gerade auf der Fernerstube am Stubayer Gletscher oder im Gebiet des Stubayer Gletschers, da ist das doch recht deutlich. Und da finde ich das dann auch wieder als Bergsteiger sehr spannend, sich selbst wieder einen Weg suchen zu müssen. Selbst auf den anspruchsvolleren Bergen in Österreich, also wenn man es anspruchsvoller unter Anführungszeichen setzen möchte, aber auf jeden Fall auf den Modebergen wie dem Großglockner und Co., da ist es zwar teilweise vielleicht etwas anspruchsvoller, aber man hat so eine richtige Schneise, wie auf Schienen kann man da dann durch die Gegend stopfen, auch am Gletscher. Und das macht das Ganze für mich immer zwar nicht weniger interessant, und die Aussicht ist ja trotzdem immer noch die gleiche und sehr schön, aber auf der anderen Seite verliert es natürlich auch irgendwo den alpinistischen Charakter. In Bergen wie dem wilden Freigart, zumindest wenn man über die Fernerstube aufsteigt, da kann man sich diesen alpinen Charakter eindeutig wieder zurückholen, und das macht ihn für mich natürlich auch irgendwo sehr interessant, denn ich bin eben gerne alpin, selbstständig, autark, und vor allen Dingen auch mit dem Gewissen unterwegs, dass ich selbst für mich komplett verantwortlich bin und für mich selbst schauen muss, ob der Weg, den ich wähle, intelligent ist oder eben nicht. Wir waren nämlich an diesem Tag tatsächlich komplett alleine, als wir den Stubayer Höhenweg verlassen haben, da waren natürlich vereinzelt noch Leute vom Stubayer Höhenweg eben, aber ab diesem Moment, und das hat fast etwas Beklemmendes, ist man vollständig alleine. Auf einem Berg, auf dem man sich gut zurechtfindet, den man kennt, oder auf einem Wiesenhügel, da ist das etwas Befreiendes, wenn man weiß, man ist jetzt alleine und man hat den ganzen Berg für sich, und da bin ich auch immer voll d'accord, also ich finde das auch immer schön, wenn ich ganz für mich allein oder nur mit meinen Freunden oder mit meiner Partnerin zusammen einen Berg für mich habe. Man hat da irgendwie so das Gefühl, dass einem nicht die Welt gehört, aber dass einem zumindest so irgendwie die Freiheit zu Füßen liegt. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Auf der anderen Seite ist es aber bei Bergen, wo man weiß, die sind gefährlich oder die können gefährlich werden, vor allen Dingen, weil die Bedingungen schlecht waren, oder sich zu sehr schlechten Bedingungen entwickelt haben, sagen wir es so, da ist es manchmal etwas beklemmend, wenn man allein ist. Man muss da gar nicht von Angst reden, also man muss das vielleicht nicht unbedingt gleich so dramatisieren, aber man denkt sich dann schon manchmal, naja, so eine Spur würde das Ganze jetzt schon irgendwie leichter gestalten. Oder vielleicht irgendwo einer hinter mir, mit dem man sich vielleicht mal irgendwo absprechen kann, oder vor mir, das wäre eigentlich auch ganz nett. Aber diesen Luxus hat man eben nicht immer. Und ich bin dann jemand, der das gerne annimmt und sagt, cool, ich habe heute mal wieder eine spannende Herausforderung. Denn das ist das, was mir tatsächlich in den Ostalpen, aber natürlich auch in den Zentral- und Westalpen immer mehr fehlt, diese spannenden Herausforderungen. Dafür muss man mittlerweile immer, ich sage jetzt mal ganz stark, unter Anführungszeichen, und kursiv gedruckt, extremen Dinge wagen und machen, um tatsächlich noch so diesen alpinistischen Charakter zu empfinden. Aber gut, das ist vielleicht auch irgendwo ein Thema für ein anderes Mal. Am Gletscher, in der Fernerstube, dann haben wir quasi unsere Ausrüstung angelegt. Und das ist eben auch dieses Gemeine, wenn jetzt gerade der erste Neuschnee im Herbst kommt, es war schon sehr, sehr kalt. Und da ist das dann immer ganz ekelhaft, wenn man tatsächlich schon Schnee hat. Das heißt, nun muss definitiv am Seil gehen. Man weiß aber, richtig tief ist der Schnee nicht. Also es ist dann irgendwie so ein Mischmasch aus, naja, tief genug wäre er, damit eben die Spalten schon verdeckt sind, die tatsächlich auch gefährlich sein könnten. Aber er ist eben noch nicht tief genug, um tatsächlich so solide Brücken zu haben. Es ist dieses ekelhafte Mischding. Und das fing eben so bei 2900 Metern an und wir wussten, wir werden hier jetzt durch einige Spaltenzonen durchmüssen, die auch teilweise gar nicht mal so harmlos sind. Auf 3000 Metern hatten wir dann nochmal eine sehr, sehr große Spaltenzone und da hatten wir dann etwas Glück. Da haben wir uns dann einen Weg gefunden, mit dem wir dann am kurzen Seil einfach am Fels entlang am Gletscher vorbeihuschen konnten. Und das ist natürlich ganz angenehm, weil dann kann man sich nochmal auch einen Blick in die Spaltenzone werfen. Und da muss man sagen, da hatten wir dann schon ein paar Situationen, da mussten wir natürlich, wie am Weg davor auch schon, ein paar Mal über ein paar größere Spalten springen. Aber es hielt sich noch in Grenzen. Mit Sondieren kam man eigentlich noch relativ gut vorwärts, aber insgesamt schon sehr spannend. Nicht herausfordernd, nicht großartig abenteuerlich, aber auf jeden Fall spannend. Das blieb abwechslungsreich, man musste sich konzentrieren. Und gerade in einer Zweierseilschaft natürlich umso mehr, denn da sollte man eben wirklich keine großartigen Dramen veranstalten, denn dann kann das Ganze ja tatsächlich auch sehr schnell gefährlich werden. Und gerade wenn man eben alleine unterwegs ist, gerade wenn man eben weiß, es wird hinter einem niemand mehr kommen und vor einem ist definitiv auch niemand, dann weiß man auch ganz genau, dass es hier tatsächlich jetzt um alles geht. So, klar, man kann natürlich sagen, ja, wenn da was passiert, dann rufe ich eben die Bergrettung, aber natürlich ist das nochmal was anderes, wenn man in der Masse mit 100 Leuten hinter einem und 100 Leuten vor einem durch die Gegend stapft. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal sagen, Zweiteres ist mir nicht so recht wie Ersteres. Ich begebe mich lieber in Gefahren und in Abenteuer, bevor ich eben in einer großen Warteschlange irgendwo stehe. Deswegen, ich wäre zum Beispiel auch der letzte Mensch, der den Mount Everest besteigen könnte unter den Umständen, unter denen man ihn heute kennt. Aber gehen wir zurück zum wilden Freigart, gehen wir zurück zu den, naja, mit dem Mount Everest vergleichsweise kleinen, harmlosen Bergen und da finden wir uns jetzt gerade wieder und wir sind da der einen großen und wirklich pompösen Spaltenzone ausgewichen und sind dann an der Fernerstube entlang. Relativ weit links haben wir uns gehalten, wenn man das jetzt von der Karte in die G-Richtung betrachten möchte. Da haben wir uns eher links gehalten und da waren dann natürlich auch noch ein paar kleinere Spalten, aber alles, würde ich sagen, hält sich alles in Grenzen, war alles sehr spannend und schön anzusehen, aber wir wussten natürlich, wir mussten Gas geben, denn es wurde trotzdem warm, auch wenn die Temperaturen und vor allen Dingen die Winde schon sehr eisig, sehr herbstlich sind, da muss man natürlich dann auch trotzdem aufpassen, dass man nicht zu langsam ist, gerade eben wegen der Dunkelheit vor allen Dingen. Nun sind wir dann eigentlich den Rest des Gletschers relativ unschwer bis zur Lübecker Scharte gegangen und ab da, da fängt das natürlich dann auch an interessant zu werden, denn gerade in der Lübecker Scharte, da trennt sich dann die Spreu vom Weiz. Man hat jetzt hier den Gletscherteil geschafft und damit beginnt jetzt eigentlich auch die dritte Disziplin, die man vom gesamtheitlichen oder ganzheitlichen Bergsteigen kennt und das ist das Schöne an dieser Bergtour, deswegen schätze ich sie auch so für alle Leute, die schon etwas Erfahrung im Hochgebirge haben. Man geht von der Dresdner Hütte in einem gemütlichen Zustieg wandernd in so einer Trance, in so einer morgendlichen Trance durch die Gegend. Man geht bis zur Fernerstube und da beginnt dann das Gletscherabenteuer quasi, da bewegt man sich dann fort und hat definitiv die ein oder andere auch größere Herausforderung zu bewältigen. Es ist vielleicht auch nicht immer ganz ungefährlich und dann irgendwann ist man in der Lübecker Scharte angekommen, man macht eine kurze Rast und konzentriert sich nun auf das nächste Gelände, nämlich auf die Felskletterei. Von der Lübecker Scharte ist der Weg zwar relativ gut markiert, aber er ist, muss man ehrlicherweise sagen, im Internet nicht sehr gut beschrieben. Das bedeutet, wir wussten zwar, es wird Drahtseilversicherungen teilweise geben und es wird teilweise dann auch ein bisschen ausgesetztere Stellen geben, es wird ein bisschen Eins-Plus-Kletterei geben und so weiter, aber es war sehr vage, man findet verschiedene Auskünfte im Internet, also so ganz klar waren wir uns nicht, wo wir uns da eingelassen haben, aber wir wussten, es war unter unserem absoluten Limit, das ist ganz wichtig, wenn man sich auf solche Touren begibt und deswegen wussten wir, wir werden das schon irgendwie schaukeln. Nun haben wir uns dazu entschieden, über die Lübecker Scharte aufzusteigen und eben dem Weg klassisch zu folgen, so wie die Markierungen es uns eben vorgeben, auch wenn man sagen muss, die Markierungen waren teilweise sehr vage und vor allen Dingen eben durch die Temperaturen und durch den Spätsommer schon ziemlich oft auch Schnee verdeckt. Somit blieb es leider, oder Gott sei Dank, wie man es eben aus sportlicher Sicht sehen möchte, nicht aus, dass man das ein oder andere Mal auch aus der Drahtseil versicherten Passage, wo das Drahtseil eben irgendwann endete und dann hat man eine Eins-Minus-Stelle vor sich, plötzlich eine Dreierstelle wird, weil man eben die Markierung nicht gesehen hat und doch falsch abgebogen ist und direkt am Grat blieb, obwohl links oder rechts in der Flanke der etwas einfachere Weg verlaufen wäre. Das ist ein Gedanke, der mich dann im Nachhinein ein bisschen beschäftigt hat, weil ich mir dachte, es kommt doch sehr oft vor und gerade wenn man in so luftiger Alpiner Kletterei ist, auf Graten und auf so Kanten Kletterei im Hochgebirge, dann kommt es sehr oft vor, dass man sich versteigt und das hört sich vielleicht immer ein bisschen dramatischer an, als es ist, aber vor allen Dingen meine ich damit dieses typische, naja, vielleicht so ein, zwei Meter vom Weg abgekommen, aber man hat nicht das Gefühl, dass man offensichtlich falsch ist, sondern es wirkt alles immer noch so richtig und das war in dem Fall der Lübecker Scharte über den Lübecker Weg zum Wilden Freigahr definitiv auch der Fall, also man hat ja immer wieder das Gefühl, eigentlich ist man hier nicht falsch, es wirkt alles immer noch relativ kompakt, natürlich wir hatten sehr, sehr viel Steinschlag, wir hatten sehr viel brüchiges Gelände und sehr viele lose Platten, aber das war am Normalweg auch so, deswegen war das alles sehr diffus und das finde ich dann eigentlich auch immer sehr spannend, denn plötzlich kann man sich den Berg so gestalten, wie man möchte, man kann sich selber überlegen, ob man jetzt 10 Minuten nachdenkt, bis man die 1 plus Stelle gefunden hat oder sich denkt, naja komm, ich gebe mir einen Ruck und gehe über die 3er Stelle oder was auch immer das dann sein mag drüber und weiß oder hoffe, dass auf der anderen Seite es quasi einfach wieder weiter geht und das ist so eine Art spielerisches Element des Bergsteigens und wenn man das beherrscht, das ist ganz wichtig, das ist eine wichtige Prämisse, dann macht das irgendwo auch Spaß, dieses spielerische Probieren und vielleicht auch ein bisschen etwas Wagen, aber nicht zu viel, sondern ein vorsichtiges Herantasten und Abtasten der eigenen Grenzen, wo bekommt man vielleicht auch etwas Angst, wo bekommt man Respekt davor, dass man nicht abstützen möchte etc. Gerade in extrem ausgesetzten Passagen natürlich etwas ganz ganz Spannendes, weil gerade hier von der Lübecker Schade hoch, da geht es schon richtig richtig steil runter, also 300 Höhenmeter hat man da gern mal unter dem Arsch und das alles ist natürlich insgesamt schon anspruchsvoll, aber auch spannend und prickelnd und das finde ich so schön und irgendwann da trifft sich natürlich dann auch der Weg der Lübecker Scharte, also diese Gratkletterei, dann mit dem Weg, der von der Müllerhütte hochführt beziehungsweise vom Becherhaus und da gibt es nämlich auch so einen Übergang, da gibt es dann einen schönen Wegweiser, eine schöne Kreuzung mit einem Schilderbaum aus Holz, sehr sehr hübsch und ich rede übrigens nicht von dem Weg über den Signalgipfel vom Becherhaus, sondern tatsächlich wenn man über den Gletscher über den Übeltal ferner drüber queren würde Richtung Nordwesten da ist dann eben nochmal ein kleiner Aufschwung über den Gletscher das ist keine empfehlenswerte Route ich weiß gar nicht ob das offiziell überhaupt irgendwo eine Markierung hat aber ich glaube von der Müllerhütte tatsächlich schon und da ist dann ein wunderschöner hölzerner Schilderbaum der führt dann eigentlich noch relativ unschwer in leichter Kletterei und strazweilversicherten Passagen bis auf den wilden Freiger hinauf jetzt sind wir dann oben am wilden Freiger und schauen auf einen Weg zurück der wirklich spannend war er war abwechslungsreich spannend definitiv an manchen Stellen vielleicht auch nicht ungefährlich weil eben die Bedingungen schwierig waren vereist sehr viel Schnee und teilweise aber auch natürlich dann wieder blanker Fels denn es war dann doch noch immer Spätsommer und auf der anderen Seite aber auch sehr schlechte Sicht Nebel zog ein der eben nicht angekündigt war aber auf solche Dinge muss man dann eben auch gefasst sein und ich möchte mit dieser Story oder mit diesem Tourguide unter Anführungszeichen aber mit dieser Tourenbeschreibung gar nicht auf irgendwas hinaus ich möchte nicht sagen dass ich ein wahnsinnig toller Alpinist bin denn ganz seien wir uns mal ganz ehrlich ich bin sowieso kein ganz toller Alpinist das wird mir jetzt seit Monaten in den YouTube Kommentaren erklärt dass ich sowieso nur ein Dampfplauderer bin aber auch diese Tour ist einfach nur spannend und interessant und ich dachte mir es ist eigentlich cool mit euch oder euch mal zu erzählen dass ich auch mal eine Tour habe an die ich gern öfter mal denke weil es einfach so schön abwechslungsreich war ich mache viele Bergtouren und viele von diesen Bergtouren bleiben einfach nur als ein Eintrag in einem Buch zurück auch wenn nur wenige oder nicht alle Berge es in das Buch schaffen aber hin und wieder bleiben sie dann einfach nur als so eine kleine schriftliche Erinnerung zurück und gedanklich sind sie aber irgendwo in einer Schublade ganz weit hinten in den Aktenschränken meines Gehirns verpackt und irgendwie wenn einen jemand was fragt kennst du den den oder jenen Berg oder jene Route dann geht mein kognitiver kleiner Angestellter eben hinten zum Aktenschrank und sucht die Einträge zu diesem Berg holt sie vor und dann kann ich darüber einen Vortrag halten aber es ist auch schön und das kommt nicht oft vor wenn ich eine Bergtour habe über die ich gerne nachdenke weil sie so viele Besonderheiten hatte eine Besonderheit war dann im Abstieg und ich möchte da jetzt quasi das ganze Gipfel Glück überspringen denn es war es war sehr kalt es war sehr unangenehm es war sehr rau an dem Tag und eben extrem windig deswegen das ist eh kein großartiger Moment in dem man da oben steht sondern man denkt sich eigentlich nur ich will endlich wieder runter und genau das haben wir dann eben auch gemacht und sind sehr schnell wieder abgestiegen und es war auch schon relativ spät jetzt sind wir unten bei der Lübecker Scharte seilen uns wieder an und los geht's auf den Gletscher und auch hier wieder ja Aufstiegsweg ist gleich Abstiegsweg denn wir dachten uns naja jetzt haben wir schon so schön gespurt warum sollten wir denn jetzt im Abstieg wieder Spuren anlegen das wäre ja irgendwie blöd Sinn deshalb haben wir uns gedacht naja wir geben uns einen Ruck und machen es einfach so wie wir hoch gekommen sind aber wir haben natürlich die Rechnung ohne oder was heißt natürlich wir mussten die Rechnung ohne die Spaltenbrücken machen die am Anfang als wir aufgestiegen sind noch recht solide gewirkt haben tatsächlich haben wir für den Weg von der Lübecker Scharte bis zum Weltenfreiheit darauf etwas länger gebraucht als wir uns das gehofft erhofft hätten denn es war teilweise eben doch schon nicht ganz einfach gerade über die vereisten Stellen drüber zu kommen wir wollten ja nicht immer für jede Kleinigkeit Steigeisen anlegen also mussten wir an vielen Stellen auch einfach kreativ werden genau das haben wir dann letztlich auch gemacht und beim Abstieg weil es eben dann schon später war da mussten wir dann erkennen naja dass der Schnee dann doch schon ziemlich sulzig ist und das Wetter jetzt aufklart plötzlich und es wird doch nochmal wärmer und da haben wir uns gedacht naja ein bisschen verarscht fühlen wir uns schon wir hätten dieses Wetter ja gern eigentlich oben am Gipfel gehabt aber naja wie das eben so ist man kann sich es ganz oft nicht aussuchen und dann sind wir wieder durch unsere felsige Passage und daran vorbei und wollten wieder auf den Gletscher einsteigen und wussten ganz genau wir befinden uns jetzt hier eigentlich am Rande dieser sehr sehr großen und unfassbar gewaltigen Spaltenzone wir wussten Vorsicht ist gefragt und wir haben uns am Zustieg schon ein paar Spalten markiert die leicht so den Einschein gemacht haben als wollten sie uns austricksen und uns doch noch in die Falle locken und die haben wir uns markiert und sondiert und mehr oder weniger offengelegt zumindest so dass wir ein Loch erkennen konnten und dann dementsprechend drüber springen konnten und das haben wir dann auch so gemacht und leider naja ich bin zwar ein guter Springer und über die erste Spalte bin ich solide drüber gesprungen und die Spalte die gleich danach kam naja die hat mich dann gefressen das ist zwar immer ärgerlich aber es war in dem Fall nicht dramatisch aber es hat eben gezeigt gerade in einer Zweierseilschaft man darf sich eigentlich nicht viel erlauben denn es kann dann schon mal ganz schnell gehen gerade in diesen Spaltenzonen und praktischerweise keine 10 Sekunden danach als ich mich rausbugsiert habe aus der Spalte fliegt auch schon die Partnerin vorne in eine ganz andere Spalte also man sieht die Nachmittage die sind definitiv nicht so harmlos wie man sich das immer wünscht gerade auf den Gletschern und im Abstieg da ist es dann schon immer etwas anders und etwas gefährlicher denn wenn man darüber nachdenkt dass wir am Vormittag da noch munter drüber marschiert sind über das ein oder andere Loch das wir gar nicht mitbekommen haben und am Nachmittag naja da saßen wir dann eigentlich schon drin im Loch also alles in allem muss man sagen man sollte einfach aufpassen wenn man auf dem Gletscher unterwegs ist gerade in den sehr sehr spaltenreichen Gletschern da sollte man einfach schauen dass man vielleicht früher wieder unten ist das ist zumindest definitiv ein Plus an Sicherheit wenn man aber mit der notwendigen Erfahrung also wenn man quasi einen Gletscherkurs absolviert hat wenn man eben mit den Rettungstechniken umgehen kann und so weiter und so fort dann ist das alles natürlich überhaupt nicht tragisch keiner hat sich verletzt niemand musste schreien oder mit dem Helikopter abgeholt werden sondern das sind so Kleinigkeiten die einfach irgendwo mal auch dazugehören und es ist auch nichts Schlimmes wenn man dann das vielleicht mal erlebt hat und für alle Leute die vielleicht manchmal da kriege ich hin und wieder Nachrichten schreiben sie haben sehr viel Angst davor vielleicht irgendwo am Gletscher unterwegs zu sein und dann irgendwo in eine Spalte zu stürzen und nicht rauszukommen und so weiter da möchte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal ein bisschen beruhigen wenn man gut vorbereitet ist und sich auskennt dann und vor allen Dingen auch weiß wo man ist und weiß wie die Gegebenheiten an der Stelle ungefähr sind dann kann man auch definitiv mal in eine Spalte fallen und es wird nichts Tragisches passieren in der Regel also man muss sich da auf jeden Fall keine großen Sorgen machen und man sollte sich eben auch nicht dümmer anstellen als man ist das ist dann vielleicht auch nicht notwendig aber am Abstieg da ging es dann eben wieder zurück übers Beiljoch und vielleicht kennt ihr das also ich kenne das auf jeden Fall aber ihr kennt das wahrscheinlich auch wenn man auf eine Bergtour geht und dann hat man einen langen Aufstieg so 1300 1400 Höhenmeter Aufstieg hinter sich man hatte da eben einen Aufstieg und dann hatte man wieder einen langen Abstieg und dann hat man wieder einen langen Aufstieg denn eigentlich sind es nur 1100 Höhenmeter Netto Unterschied von der Dresdner Hütte aber es waren dann doch 1400 Höhenmeter Aufstieg und dann sind wir da quasi wieder zurück und hatten jetzt wieder diesen Gegenanstieg von 300 Höhenmetern vor uns vielleicht kennt ihr das dass ihr da dann einfach absolut keinen Bock mehr drauf habt also ich zumindest kenne das sehr sehr gut da war bei mir echt irgendwie Schluss denn es war schon spät es war abends wir hatten einen langen Tag hinter uns und haben viel erlebt und es war eigentlich eine schöne Tour aber jetzt hier nochmal 300 Höhenmeter Gegenanstieg das war einfach mies mit 15 Kilo Gepäck und naja es hilft ja nichts man muss das dann einfach durchziehen aber das sind so die Momente in denen ich mir denke eigentlich wäre es schon ganz geil wenn ich jetzt fertig wäre und nicht dann noch hoch muss aber gut am Beiljoch angekommen oben wusste ich jetzt kann es nur noch bergab gehen und wir haben uns natürlich dann nur noch die halbe Blöße gegeben und sind nicht mit der Bahn wieder runtergefahren sondern sind dann eben zu Fuß gegangen und haben uns den naja ich sag jetzt mal semi schönen Weg von der Dresdner Hütte runter zur Mutterberg Alm gegeben Ehrlicherweise muss ich aber jetzt so abschließend auch sagen ich hätte mir eher gewünschen von der Mutterberg Alm zu Fuß hoch zu gehen wieder runter zu gehen wenn das Tal so wäre das Fernau Tal so wäre wie es eben ist also ohne Bahn ohne Straße und so weiter denn dann wäre das meiner Meinung nach tatsächlich ein sehr romantisches und schönes Tal aber und das fällt mir eben auf wenn ich auf solchen Wegen dann gehe oder gehen muss dass diese Infrastruktur zwar den Vorteil hat dass man sie nutzen kann aber auch den Nachteil hat dass alle die sie nicht nutzen schon irgendwie auch drunter leiden denn so richtig ansehnlich ist das nicht so eine Bergbahn und auch so eine Straße ist auch irgendwie nicht so richtig ansehnlich also irgendwo musste ich dann schon feststellen naja ich bin mir nicht sicher ob ich jetzt froh bin dass es diese Bahn da auch gibt oder nicht und wäre sie nicht da naja dann wäre ich wahrscheinlich auch gerne zu Fuß hoch gegangen wobei dann muss ich auch sagen dann wäre ich an diesem Tag wahrscheinlich nicht am wilden Freiger gestanden sondern dann hätte ich mir definitiv gedacht boah nein darauf habe ich heute irgendwie keine Lust nach so wenig Schlaf und so weiter und da drehen wir uns jetzt eigentlich schon im Kreis denn wir sind jetzt wieder am Anfang bei wenig Schlaf den ich am Tag zuvor erhalten habe ich weiß nicht wie es euch geht also ich fand die Episode dafür dass wir jetzt hier schon so um die 30 Minuten am Plaudern sind oder ich zumindest und ihr seid aufmerksame Zuhörer trotzdem irgendwie ganz gelungen auch mit wenig Schnitten ich finde es auch ganz witzig mal wenig zu schneiden und so ein bisschen einen Redefluss drin zu haben und auch den Pausenfluss wenn man das so nennen kann auch drin zu lassen und zu sagen na gut manchmal brauche ich auch mal eine Sekunde zum Atmen oder zum Nachdenken oder eine Millisekunde vielleicht ist das auch etwas was euch gefällt ihr könnt das ja gerne in die Kommentare schreiben und gerne berichten ob ihr so entspanntere Formate besser findet oder spontane Formate oder generell wie euch das gefällt wenn ich so ein bisschen über ein paar Touren von mir erzähle nicht um irgendwie anzugeben oder euch zu zeigen was ich alles schon gemacht habe sondern eher im Sinne von Empfehlungen und vielleicht so wie so eine kleine Geschichtsstunde draus zu machen mal ganz ohne Gesellschaftskritik mal ganz ohne großartiges Bashing von Marken Industrien und Co sondern einfach mal ein bisschen zu plaudern ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben wie euch die Episode gefallen hat freut mich immer sehr auch natürlich gerne Mails an kontakt at alpenacademy.at da kriege ich auch alle eure Mails wenn ihr die E-Mail-Adresse richtig schreibt da hatten wir schon ein paar Fälle wo ich dann kontaktiert wurde im Nachhinein hey du antwortest gar nicht auf die Mails ja ich habe keine bekommen aber in der Videobeschreibung steht ja auch die E-Mail-Adresse beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung dann kann man es einfach kopieren und dann kann nichts mehr schief gehen ich wünsche euch bis zum nächsten Mal jedenfalls wie immer eine wunderschöne Zeit hoffentlich hören wir uns nächsten Sonntag wieder oder wir sehen uns vielleicht auch schon am Dienstag wieder mit dem neuen Grundlagenkurs zum Thema Hochtouren sehr passend bis zum nächsten Mal wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg Heil notionistic Wie immer soll das want glaube ihm Untertitelung des ZDF, 2020